Die Schafe fressen einem wirklich noch die Haare vom Kopf. So viel Gras ist schon wieder weg. Ja, wir haben es geschafft. Noch ein Silber. Zwar kein Gold, aber Silber. So, dann machen wir das noch. Dafür brauchen wir keine Erweiterung. Also, wir brauchen drei Milch, 35 Tücher und wieder 20.000 Gold. Kriegen wir doch hin. So, eine schöne brabe Kuh. Aber wenn ich mal endlich fressen würde hier. Ja, jetzt rennt es zum Fressen. Genau. Oh, so, schön. So. Zwei Bären! Ach, da passt noch einer rein. Kriege ja jetzt nicht die Milch. Wahnsinn. Nein. Okay, ich will größern. Rösen wir mal die auch gleich. So. Schön fressen. Das verkaufen. Und meine nächste Milch. Dann haben wir sie schon bei mir. Und die drei Milch. Nächstes Mal kaufen wir uns jetzt endlich ein Schaf. Bis das ins Rollen kommt, lassen wir die Kuh auch dann da. Also, ein Schaf. Boah. Geht's da weg, geht's da weg, geht's da weg, geht's da weg, geht's da weg. Boah. 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 Da krieg ich die Krise. Aber wirklich. Schön. So. So. Jetzt nochmal ein bisschen Wasser nachschöpfen, damit wir wieder schön Gras pflanzen können. Lass mir in Schaf in Ruhe, du auch. Boah, war das knapp. Ich krieg mal gleich eine Herzattacke. Hä? Ach, die kommt ja auch wieder in die Stücke. So. Jetzt hoffen wir, dass wir mal das Tuch ausbauen können. So. Jetzt juckt das Auge. Ähm. Ja, fest. Frest. So, du kriegst eine Rolle. Gut. So. Jetzt haben wir es ausgebaut. Räder. Oder. So. So. Das, das, das. Geht ja gar nicht. Ei, ei, ei. Ja, ja, ja. So. Noch mal darauf, dass das nächste Mal sehr viel Geld einbringt. Schon wieder ein Bär. Ruhe. So. Einfach mal alles loswerden hier. So, jetzt mal noch ein Schaf. Oder zwei. Hui. Und das hier. Die Miezi muss mit. Das finde ich nämlich toll. So, das wird er verkaufen. So, das ist auch weg. Mit der Miezi muss man sich einfach keiner gedacht haben. So. Halt ich ganz gereicht. Hier brauchen wir wieder 20.000 Kumpulern. Na dann. Spar mal halt ein bisschen drauf hin. So. Aber jetzt. 7.000 haben wir schon mal. Schauen wir mal. Die Bär und die können gleich mit auf die Riesenfahrt. Ich fahr jetzt auch gleich schneller. So, wieder Gras holen. Die kann man auch gleich fürs Geld. So, wieder gern. Die klauen wir auch gleich fürs Geld. So. 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 nicht mehr zeug platz schau mal die kohle zusammenkriegen die 20.000 kann ich mich nachher noch gleich ausbauen die kohle überhaupt bevor das ganze noch fertig ist verkaufen wir auch mal ein großteil davon da gibt es ja immerhin auch ein bisschen was so ok die 20.000 haben wir dann bauen wir hier gleich aus so so alles gleich wieder verkaufen so so aber jetzt let's get out so wir haben 12.000 gold das fuhren wir damit an kaufen wir einfach mal einen größeren wagen so so kauf mal jetzt doch wieder so ein geiles rad nur so aus spaß kann man jetzt eigentlich mal alles vollpflanzen oder was meint ihr riesengroße wiese riesengroße wiese so schau mal vielleicht wird es irgendwann von alleine auf oder auch so hey wir haben sogar noch gold gekriegt wie geil 8 minuten 43 sekunden ha ok jetzt brauche ich das butterfass auf alle Fälle ja haben wir genug bauen wir auch gleich stufe 2 aus wir können stufe 3 auch mal ja ne das war ja stufe 2 ne stufe 3 können wir auch noch ausbauen machen wir es ja machen wir es so möchtest du das spiel starten ja so wir brauchen 5 schafe 50 äh stoffe und eine butter jetzt hat sich gerade meine Hörer ausgeschaltet jetzt hat sich gerade meine Hörer ausgeschaltet so kommen wir nochmal zwei Schafe dazu obwohl, wollen wir auch gleich das fünfte Schaf dann ist das auch schnell erledigt so die ersten Bären nein ausbauen so, habt ihr dann Platz habt ihr das gesehen Leute dieses butterfass Ding kostet 20.000 Gold holla die Waldfee ist das viel aber hallo ja du bist so m n 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 weitergeht haben wir das eh bald was geht alle acht mal verkaufen kann uns eine kuh leisten mal wieder was damit man endlich mal das mit 50 tuch geht sehr gut voran So. Okay, geht doch hier schnell. Oh, das ist wirklich so schnell, wie ich es mein. So. So. Das verkaufen. So. Aber jetzt wollen wir uns erstmal nicht... Das ist ein Butterfass. Es macht aus Milch Butter. Aber warum meinen... So, jetzt hoffen, dass die Milch schnell fertig wird. Äh, die Butter. Wir brauchen auch noch die Butter. Dann ist alles geregelt. Aber verkaufen wir schon mal die Sachen, damit wir auch Platz... Damit wir auch, ja, Platz drin haben. Für die Butter! Ja, wir haben sogar noch Gold. In sieben Sekunden. Knapp. So. Okay. Wir können auch da oben lang gehen. Ich glaube, hier ist sowieso wieder eine Sackgasse. Das schaut zumindest so aus. Machen wir einfach mal. Wir brauchen eine Butter. So. 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 Verkaufen wir mal... Ein paar Kühe. Die Kühe brauchen wir nämlich nicht. Die Schafe könnten wir eigentlich auch verkaufen. Die Schafe könnten wir eigentlich auch verkaufen. Warte mal. Warte mal. Jetzt verkaufen wir erstmal die Schafe. Die Schafe könnten wir echt in den Haare vom Kopf. Warte mal. Warte mal. So. Grabekühe. So. So. Nicht wundern, ich habe ein bisschen Schnupfen. Hört sich vielleicht komisch an. Na ja. So. Die Bären gleich verkaufen. Dann machen wir mal gleich unsere Butter. Aber wir haben eh schon ein bisschen die Zeit verschissen. Aber egal. 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 So. So. Schauen wir unsere Butter. Eine Minute 27. Wir haben eigentlich eh nicht lang gebraucht. Aber... Na ja. Käserei. Okay. Wir brauchen 5 Schafe, 20 Milch und 12 Käse. Warum sind wir jetzt so viele Gänse? Wir brauchen nicht mehr Gänse. Brauch ich die Gänse? Nein. Also verkauf ich die Gänse. Ach du keine scheiß Gänse. Wenn man eigentlich hört auf, der Hund tut eigentlich gar nichts. Der hat diesen mal gar nicht hochgeguckt. Jetzt steht er da für rum und bellt. Bisschen spät. So, wieder verkaufen. Weiß ja, was Knacksen hat. Das ist Rico, der guckt gerade mitten in mein Let's Play. Da hat er ein ziemlich dämliches Gesicht drauf. Gut, gut. Du hast gerade ein Rankett gewonnen. Ohne mich. Hoch. Zwei Epic Portugiesen. Portugies. Fahr schneller, du Auto. Ich verliere meine Melch. Oh nein, ich habe meine Milch verloren. Warte mal, ich habe das jedes Mal, dass ich so viele Beeren aufnehme. Ich habe wieder zu viele Beeren aufgenommen und dann ist die Milch verschwunden. Die verschwindet dann einfach. So, jetzt kommen wir schon mal ein Schaf. 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 Was ist die Mehrzahl von Milch? Ach, die Käse kann ich eh gleich machen. Die Milch. Die Milch. Milch ist... Milch, Milch am Milchsten. Das ist doch Fröschen. Milch gibt es gar nicht. Ja, ich habe mal einen Tuna. Milch gibt es keine Mehrzahl. Das glaube ich, gibt es nicht mal eine Einzahl. Ich kann auch Milch sagen. Braver Hund. Vielen Dank.